einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück in unserem mountainpark wie ihr seht es ist mal wieder am regnen und wir befinden uns gerade in unserem neuen herrera gehege und die haben sich sehr sehr gut eingelebt und haben ganz ganz tolle namen von euch bekommen ihr habt richtig viele namensvorschläge wieder in die kommentare geschrieben und ich würde sagen wir machen diesmal mal die ja namen mal zuallererst und dann nehmen wir am besten mal hier die kleine schlafmütze als erstes das ist hier der alpin ist es glaube ich na und sind so klein ich klicke die am besten an genau das ist der mit dem alpin muster der hat den namen loki bekommen von euch er rennt aber ganz schön schnell das ist ja krass wir sind wirklich schnell unterwegs der nächste hat den namen drogern bekommen dann haben wir den grünlichen hier das ist charlie geworden in die kommentare in den kommentaren wurde glaube ich geschrieben der grünlich schwarze aber ich denke mal damit war dieser hier gemeint ich glaube das ist der einzige der grün mit in seiner farbe hat also ich hoffe ich habe den richtigen gewählt dann haben wir mit dem wüsten muster fritz das ist somit mein lieblings muster glaube ich mit dem grünlichen aber ich finde die eigentlich alle sehr sehr cool und zu guter letzt haben wir harald das ist der schwarz dunkel braun ja sehr sehr dunkle hat herrera auf jeden fall und hier sind hier gerade am schnacken miteinander so wie es aussieht okay egal also sie haben sehr sehr schöne namen von euch bekommen vielen vielen dank dafür hinten fährt schon die bahn lang das sieht echt cool aus hier dass die stützen hier so länger werden und so also es gefällt mir schon sehr sehr gut der teil des parks auch echt schick geworden aber mir ist schon eine sache aufgefallen die ich vergessen habe und dieser wollen wir uns jetzt auch gleich als allererstes widmen und zwar wie kommen wir hier am besten nach unten weil hier unten ist ja noch mega viel platz hier kriegen wir vielleicht zwei gehegen vielleicht ein gehege was groß ist aber ich habe mir nicht überlegt wie ich nach unten kommen weil hier ist alles verbaut vielleicht könnte ich hier runter bauen oder irgendwo hier hinten lang weil ich weiß sonst echt nicht wie ich am besten runter kommen ich würde sagen ich überlege mir mal was und dann ist das die erste sache der wir uns heute widmen so leute ich denke mal es macht am meisten sinn wenn wir irgendwie uns hier noch runter schlängeln weil das ist relativ die mitte vom park und es macht bestimmt mehr sinn dass hier von der mitte aus dass also von der mitte des parks aus hier runter zu bauen als von hier ganz hinten oben links in der ecke weil hier oben links werden wahrscheinlich nicht so viele leute ankommen aber dafür müssen wir wieder richtig richtig viel mit dem glätten tool arbeiten das heißt ich werde wieder sehr viel rausschneiden weil das ist einfach eine sehr frickelige angelegenheit immer ihr seht ja aber es klappt hier ich gerade ganz gut wir müssen jetzt eigentlich nur hier hinten so ein bisschen durchgang schaffen also hier ist ja schon mal recht gut das könnte sogar schon reichen aber jetzt müssen wir halt hier noch einen übergang schaffen das können wir sogar vielleicht eben schnell zusammen hinkriegen es klappt hier echt erstaunlich gut das hätte ich gar nicht gedacht hier oben will ich eigentlich nicht absenken oder eigentlich so bleiben das ist immer sehr sehr schwierig mit den tools hier aber man kriegt sind man muss nur geduldig sein ja das ist doch schon gut aus das können wir vielleicht mal eben mit dem tool hier noch mal ein bisschen in die breite gehen der weg nicht ganz so schmal ist und dann können wir glaube ich gleich schon überglätten glaube ja das könnte dann schon funktionieren dann haben wir eventuell ein gelatten weg nach unten hätten wir sehr schnell eine lösung gefunden was sehr sehr cool wäre ich glaube das ist ja schon wirklich sehr sehr gut jetzt ist natürlich ein bisschen eckig aber das macht da an der stelle gar nichts sie kann ich gleich auch noch mal überglätten aber wir machen jetzt erstmal den weg hier runter dafür müssen wir hinten den zaun entfernen und müssen wahrscheinlich hier die fläche auch noch mal ein bisschen anpassen den zaun lasse ich mal das stück da also entweder lassen wir die fläche so und lassen einfach hier den weg abgehen ist wahrscheinlich die einfachste lösung da müssen wir am wenigsten umbauen und so könnten natürlich auch so einen dicken weg nehmen das können wir ich machen wahrscheinlich das einfachste kommen wir sogar durch die stützen durchbauen das ist sehr gut ganz leicht geschwungen würde ich schon gerne machen aber ich mache noch mal eben das stück hier weg das kann noch mal ein bisschen mittiger sein so so ist ein bisschen besser jetzt können wir das nämlich so ein bisschen geschwungen hier runter machen dann haben wir hier schon auf jeden fall einen weg geschaffen und der ist auch nicht zu steil also den können die leute auf jeden fall gut begehen denke ich ja das ist super hat das war jetzt echt eine fixe lösung die auch mir gefällt jetzt müssen wir nur schauen dass wir hier den müssen wir jetzt hier überhaupt einen zaun machen das ist jetzt die andere frage ich mache hier auf jeden fall mal wieder den zaun hin der da schon war den fand ich eigentlich ganz schick die kurve kommen wir schaffen das wieder so wie vorhin das passt natürlich jetzt hier wieder hinten und vorne nicht da komm schon komm schon du willst es doch auch das ist doch nicht die einrast punkte die wollen jetzt wieder grad gar nicht hier ist aber auch ein dover einrast punkt der ist nämlich too much hier ist zu wenig immer ein bisschen in länge gehen das gibt es nicht jetzt perfekt den einrast punkt habe ich gesucht genau und jetzt die frage zäunen wir das hier auch ab nach unten den weg macht wahrscheinlich schon sinn ne ich würde was sagen dass wir das wieder so machen wie es vorhin war okay hier habe ich schon mal den zaun weitergeführt aber ich glaube ich mache den nur bis hier vorne also ich mache so ist nicht ob das sinn macht hier noch mal auf den doch das geht aber vielleicht können wir hier gleich noch mal ein bisschen über glätten oder mir ist eigentlich egal ob das darunter geht es macht eigentlich keinen unterschied aber ich würde sagen wir machen den sound den kleinen hier bis hier vorne ist aber wirklich eine sehr sehr frekelige angelegenheit an dieser stelle hier aber wir haben es ja gleich geschafft und mache ich den zwar noch mal bis hier auch so ist das denke ich schon okay das sieht gut aus dann haben wir hier schon mal einen sauberen übergang zu dem weg nach unten geschaffen und dann können wir hier hinter noch mal eben alles ein bisschen anheben und glätten nehmen wir mal an und dann glätten wir das ganze noch mal über da können wir auch wieder noch ein bisschen wald hin machen weil die schrägen sind ja sowieso nicht gut verwertbar zum bauen und sowas oder können wir einfach alles mit dem wald voll klatschen denke ich mal kein problem aber das sieht doch schon ganz ordentlich hier aus also bin ich schon sehr zufrieden mit das ist auf jeden fall eine super lösung wie nochmal über so nice ok das hat doch gut funktioniert den weg nach unten zu bauen und jetzt können wir uns als nächstes überlegen ob wir jetzt erst mal den bereich unten bauen oder wir oben weiter bauen weil das weg problem haben wir jetzt auf jeden fall schon mal gelöst das ist sehr gut ich bin halt noch ja das ist noch sehr schwierig ich habe ja hier diesen bischen weg genommen und überall anders den grauen eigentlich müsste ich jetzt hier unten auch wieder auf den bischen über wechseln müsste jetzt eigentlich hier machen sogar hier mal noch ein stück weg und ziehen mal hier schon mal den ersten bischen weg noch mal so schräg und dann gucken wir mal was sich ergibt wenn ich jetzt hier den übergang mache würde das dann aussehen das würde aber ordentlich aussehen das ist ja schon mal gut so machen wir mal so und dann hier unten werden wir glaube ich wieder ein beige bauen doch das ist glaube ich eine gute lösung wenn wir überall beige bauen wo wo wir auf der unteren ebene halt um umhantieren sage ich mal die frage ist wie machen wir das jetzt also wir müssen erstmal dann hier eine gehege aufteilung finden wir müssen uns überlegen ob wir noch ein hotel hinklatschen und sowas also den platz müssen wir als sehr sinnvoll nutzen okay wenn ich ehrlich bin will ich hier auf jeden fall einen großen fleischfresser hin machen und zwar habe ich da schon einen im kopf denn ich möchte gerne den habe ich nämlich noch in keinem park gemacht sogar der erste hier oben den agrocanthosaurus machen der ist ja auch neu gekommen mit dem carnivore dlc und den möchte ich sehr sehr gerne hier in dem park unterbringen aber die frage ist der ist ja gar nicht mal also der wird ja nicht so viel platz brauchen also vielleicht können wir hier entweder zwei gehege machen oder wir machen hier noch ein hotel komplex und sowas hin also ein hotel nimmt natürlich auch immens platz weg aber die frage ist auch wo platziert man das hotel am besten wo es sinn macht das ist halt auch wieder ich benutze ja immer ganz gerne bei den hotels diese view galerie das ist hier oben dieses ich kann es euch nicht zeigen mit der maus aber ihr wisst was ich meine da oben wo man drauf laufen kann beim hotel da hat man halt auch noch mal eine sicht und die würde ich halt gerne auch so platzieren dass man dann noch mal aufs gehege schauen kann aber das hotel ist halt wirklich riesig und ich denke mal das hotel bringen wir wenn dann erst später und wir sollten uns erst mal überlegen wo wir das gehege hin machen das gehege können wir eigentlich hier unten so lang führen rein theoretisch könnten wir den zaun hier oben sogar nutzen dass der agro kanto das wäre bald wieder zu uns safe na wenn ich ein agro kanto mache dann würde ich gerne einen doppelzaun machen einfach aus sicherheitsgründen wenn er dann hier oben anlaufen kann ich meine da ist noch abstand zum weg das wir halt schon also es ist gerade selbst wie gespalten ich würde halt gerne mit einem doppelzaun arbeiten das heißt ich würde gerne also so machen und dann noch mal so einen anderen zaun natürlich alles in elektro wahrscheinlich bei einem fleischfresser so würde ich gerne das komplette gehege machen zum doppelzaun einfach weil das mehr sicherheit verstrahlt und irgendwie so ein bisschen realistischer ist aber dadurch geht halt auch wieder viel platz verloren und ich könnte eigentlich hier oben halt ran gehen ich muss mir das mal ein bisschen durch den kopf gehen lassen okay leute ich habe jetzt folgende idee ich werde hier vorne werde ich den zaun und die schräge auf jeden fall nutzen hier werde ich auch ein gehege machen mit pflanzenfressern aber mal schauen welche wir da nehmen und wir versuchen das agro kanto gehege hier unterzubringen wir müssen dann mal schauen wie wir das hier machen ob das dann noch genug platz ist weil hier müssen auf jeden fall noch irgendwie entweder ein hotel hin oder ein paar läden oder so ich würde sagen wir machen jetzt erstmal das agro gehege und dafür machen wir erst den inneren oder den äußeren zaun das ist jetzt die frage eigentlich macht der äußere mehr sind aber ich weiß nicht ob das dann so gut funktioniert wenn wir schauen versuchen natürlich möglichst nah am rand zu fungieren ich möchte aber auch nicht so am rand bauen und zu stückeln dass das gehege eine komische form hat das will ich auf jeden fall vermeiden könnte auch hier auf die schräge gehen natürlich noch nah aber dann sieht der wald so abgehakt aus nicht jetzt hier im zaun reinbau ist halt der wald dann immer so eine lücke drin weil man halt bäume leider leider nicht direkt an einem zaun bauen kann das echt doof ist so das ist aber schon mal ganz ordentlich vielleicht können wir hier schon mal die ein oder andere viewing galerie mit einbringen man könnte überlegen dass man hier oben noch dann turm macht dass man hier runter schauen kann weil der höhenunterschied ist natürlich schon immens na das ist schon sehr gut so habe ich mir das ja auch vorgestellt wo hier sogar noch recht viel platz ja aber das gefällt mir eigentlich dass hier viel platz ist wobei noch ein stückchen näher könnten wir hier schon ran gehen machen wir mal erstmal random so die galerie hin und dann gucken wir mal ob das einem am ende mir so gefällt und passt auf dem agro kanto freue ich mich ja schon den habe ich halt wirklich nur einmal ausgebrütet und angetestet als er rausgekommen ist aber so richtig in den park untergebracht habe ich ihn noch nicht jetzt kriege ich natürlich den kurvenwinkel nicht schön hin also ist in ordnung genau dann machen wir hier mal eben ich weiß jetzt auch nicht wie das vom platz her ist also der braucht natürlich ein bisschen mehr platz ist ja ein großer fleischfresser aber ich will jetzt hier auch nicht so verschwenden den platz bin übrigens sehr gespannt ob für jurassic world evolution noch so viele patches kommen ich habe halt mittlerweile echt die befürchtung dass bevor das spiel richtig geile patches noch kriegt also so ein terrier tool oder so glaube ich schon dass es noch kommt aber ich glaube bevor das spiel richtig geile erweiterung noch bekommt und richtig ausgebohrt wird kommt wahrscheinlich schon eher jurassic world evolution 2 ja wir lassen uns überraschen das sind halt alles nur spekulation das war ein bisschen zu weit genau ich mache jetzt hier logischerweise den doppel zahlen können wir mal eben ein stück zusammen machen ich mache den hinteren zahlen elektro den vorderen nicht also den wo die gäste da sozusagen rangehen können der ist nicht elektronisch macht ja auch sinn mit die gäste keinen stromschlag bekommen und der andere zahlen der ist logischerweise elektronisch hier vorne müssen wir uns jetzt eine lösung überlegen aber die finde ich eigentlich ganz schick so geschwungen also ihr seht jetzt schon den doppel zahlen sieht doch eigentlich ganz nice aus na also sieht auf jeden fall sicherer aus und strahlt mehr sicherheit aus das werde ich jetzt einmal hier komplett um das gehege herum wiederholen so das ganze ist soweit fertig ein paar sachen die mir noch aufgefallen sind also wir müssen hier noch ein tor einbauen gleich das machen wir zusammen und hier geht das ganz schön steil runter aber das ist in sich gar nicht so schlimm obwohl wir das hier auch absenken könnten wenn wir wollten könnten halt auch oh mein gott es geht ja richtig runter das sieht nur schlimmer aus wir heben es wieder an lassen das so passt schon soll es die kleine ecke da hinten soll es jetzt nicht stören dass es hier einmal so ganz kleine stück runter geht das ist nun mal so dann würde ich sagen bauen wir mal zusammen eben das tor ein das machen wir wie folgt machen erst mal die stromzorn verbindung letzten dann hier das erste tor rein jetzt müssen wir mal eben überlegen auf welche höhe wir das machen machen es am besten ja relativ weit hinten so und das zweite tor das muss auf jeden fall ein bisschen abstand dann komme ich glaube zum doppelabstand reicht schon also so dann können wir schon mal das tor einsetzen jetzt auf die gleiche höhe zu packen wunderbar das hat gut geklappt und dann müssen wir jetzt hier noch eine vernünftige verbindung zu dem anderen soundstück schaffen ich würde es natürlich auch noch näher ran machen aber das soll halt so ein also das erste mal würde es glaube ich gar nicht gehen wenn ich es näher anpacke und das soll halt so ein schleusensystem sein was sowieso nicht funktioniert weil immer beide tor gleichzeitig aufgehen aber im prinzip soll eigentlich erst das erste tor aufgehen dann fährt der jeep rein dann geht das tor zu und das tor geht auf und dann kann der jeep wieder safe rausfahren also das ist so eigentlich der gedanke dahinter hier mache ich auch mal einfach an der seite elektro sicher sicher und hier mache ich einfach so und so und dann haben wir hier ja ich weiß nicht oder mache ich das könnte auch gerade jetzt hier rein machen natürlich das hier geht glaube ich mache das einfach mal gerade dieses geschwungene irgendwie gefällt mir das nicht so ja das ist gut super hat geklappt so jetzt haben wir unseren unsere torschleuse sozusagen ja eingebaut und damit ist unser nächstes gehege fertig und ich finde so ein doppelzaun bei dem fleischfresser ist echt immer eine schöne sache also gefällt mir optisch sehr gut so ein doppelzaun nimmt natürlich noch einiges an platz weg aber ihr seht schon wir haben hier noch ein bisschen platz also müssen jetzt gucken also ich weiß nicht ob wir oben noch ein gehege hinkriegen vielleicht so ein längliches so einfach nur auf der schräge mal wenn wir die richtigen dinos nehmen dann könnte das funktionieren aber wir müssen natürlich auch noch hier einige läden und so in klatschen mal schauen aber ich würde sagen wir widmen uns jetzt hier erstmal dieser wegfläche die frage ist wie machen wir das jetzt könnten hier natürlich so einen großen weg platz machen ob das so schön aussehen wird das weiß ich nicht mal so wird jedenfalls schon mal die galerie mit eingebunden was wir lassen wenn wir jetzt hier so machen wie würde das denn aussehen das ist wahrscheinlich eine zu große fläche hier würde ja gerne hier so den platz echt nutzen der geil wenn wir hier vielleicht das aber wirklich machen schau mal also wenn wir hier wirklich die wegfläche ausfüllen ich glaube viel mehr möglichkeiten haben wir hier nicht aber wenn wir dann dafür ohne wird jetzt wieder ordentlich fummel arbeitet dass wir das gut hinbekommen so das darf auch nicht zu schmal sein das ist wichtig hier muss ich auch mal eben so einen zweier weg draus machen zumindest ungefähr so dass wir hier vorne ist wieder so ein kleines wasserbecken machen oder sowas ich weiß nicht ob das jetzt hier vorne noch passt von der kurve ja geht aber noch nach oder geht es da schon das passt ich meine so ein kleiner wasserbereich sieht schick aus nimmt aber auch viel platz weg so machen wir mal jetzt hier einfach noch mal und schauen so ein bisschen mit abstand entlang wenn ich was sagen weil wir könnten ja auch schon fast daran gehen an den zaun platz zu spannen aber nee wir machen mal erst mal so ein stück weiter noch die zweier weg breite ist sehr sehr undankbar zu bauen die ist halt ein bisschen nervig so aber das passt schon so hätte ich auch den dicken weg einfach nehmen können wäre vielleicht leichter gegangen aber ich möchte jetzt eigentlich hier vorne so langsam aber sicher wieder zurück verschwende halt jetzt hier super viel platz leider mit dem was ich vorhabe aber wir gucken erst mal ob mir das überhaupt gefällt vielleicht verändern wir das auch noch und habe ich irgendwie nicht so ganz sauber den zweier weg gemacht aber das ist ja auch nicht schlimm wenn wir gucken dass das hier vernünftig übergeht in den anderen weg wird das schon ganz cool aus immer schnell die fläche ausfüllen und dann testen wir gleich mal ob das überhaupt mit dem wasser gut klappt das habe ich nämlich vorher hätte ich mal vorher testen sollen was kann gut sein dass wir hier nicht auf einer wasserhöhe sind und sich hier gleich alles doof anhebt und kacke aussieht wahrscheinlichkeit ist sehr hoch aber wir haben glück okay hier ist die wasserebene alles easy sehr schön leute das heißt wir haben jetzt hier so einen kleinen wasserbereich hier will ich auch gleich noch mal ein bisschen rüber glätten das sind hier ein bisschen wellig aus ja durch so ein wasserbereich geht natürlich viel platz verloren wie ihr seht aber ich finde das optisch als sehr schön wir können natürlich gleich noch ein paar bäume rein machen so ein zaun drum ziehen und sowas und das ganze ein bisschen schicker aussehen zu lassen wir machen erst mal ein paar büsche rein so noch mal ein paar bäume ja ein paar mehr bäume hätte man ja nicht anders ich will eigentlich nur so ein paar bäumchen drin haben so wie jetzt das gefällt mir eigentlich hier noch ein paar büsche ein paar mehr und dann können wir hier so einen kleinen dünnen zaun einmal rumziehen und dann schauen wir mal wie das aussieht können natürlich auch den zaun weglassen na ich schaue mal wie es mit zaun aussieht und dann entscheiden wir das ganze mal so zaun steht und gefällt mir also sieht auf jeden fall gut aus hier auf der schräge müssen wir gleich noch mal gucken das sieht natürlich alles noch ein bisschen sehr kahl aus also da müssen wir definitiv noch ein bisschen überarbeiten hier müssen wir noch mal eben einmal überglätten das können wir vielleicht jetzt mal schnell machen ich hoffe ich zerschieße mir da jetzt nicht zu viel ich glaube das sind nur ganz minimale changes die aber optisch echt viel ausmachen alles ganz entspannt hier habe ich natürlich jetzt hier ein bisschen angewobener dann muss ich noch mal eben bei mit dem kleinsten tool was ich schon zu groß ist wenigstens geht das wasser gar nicht verloren ich hätte jetzt gedacht ich mir geht jetzt hier noch wasser flöten weil es entspannt okay so passt das eigentlich weg ist gut begehbar hier können wir noch mal einmal überglätten ist nämlich auch noch ein bisschen boogelisch aber so passt das schon super okay dass das hier so ein bisschen schräg ist das macht nichts ob wir jetzt hier einen dicken wald hin machen oder ob wir ein gehege dahin machen das habe ich mir noch nicht so ganz überlegt aber ihr seht jetzt schon durch diesen kleinen gehen durch das gehege und durch diesen also nee anders so durch das gehege und durch dieses kleine wasserbecken geht echt schon viel platz verloren aber das ist nun mal so wir wollen ja auch nicht ganz auf deko krams verzichten müssen jetzt halt schauen dass wir noch ein paar leden unter kriegen und ja ich bin echt noch am strugglen ob ich hier ein gehege hin mache oder nicht so hin platzieren die fossilen so und jetzt ist die frage kriegen wir es dann gut mit wegen abgedeckt dass es nice aussieht wahrscheinlich eher nicht nach wie bestimmt sehr schwierig da fängt es nämlich schon an also wir könnten auf jeden fall so schon mal machen dann könnte uns dieser einrast punkt die eventuell das tut er sogar sehr gut hier vorne können wir natürlich gleich noch mal gucken dass wir das gefixt kriegen dass es vernünftig aussieht schauen wir doch mal hier machen wir eben hier gerade hin das werden wir auch gleich noch schicker machen in der sorge kommen auch ganz komische ecken rein weiß ja bis heute nicht woher die stammen die ecken ok also bei dieser ecke habe ich ja echt keine ahnung woher die er weil die kommt das weiß ich wirklich nicht für ich jetzt hier hinter noch einen weg lang damit das gerade ist durch das tue ich das nicht erstmal muss ich jetzt hier einen guten punkt finden der funktioniert trotzdem die ecke drin ich kann plan woran das liegt in dieser ecke keine ahnung wie die immer zustande kommen würde ich die gerne vermeiden also so sieht das ganze jetzt von oben aus regnet leider jetzt gerade finde ich eigentlich ganz schick nimmt halt nur super viel platz weg also die fläche so wie ich sie jetzt hier gebaut habe das ist natürlich immer nicht so optimal dass es so viel platz weg nimmt und ich ja ich zweifle gerade daran dass ich hier noch ein gutes gehege unterkriege also ich glaube das mit dem gehege das können wir uns abschminken hotel werber noch schön hier unterzukriegen das wäre sogar machbar aber hier beim tor ich weiß jetzt nicht ob das der schickeste spot für ein hotel ist was wird zeit dass wir ein hotel unterbringen ich meine wir ja so zwei hotels oder so im park wären halt schon nice na ich meine zurück geht auch eins die sind jetzt für uns nicht mega wichtig aber ich weiß nicht könnte natürlich jetzt ja noch mehr läden unterbringen so am weg entran an lang zu bauen ungefähr dass er auf der gleichen höhe ist wie das fossilien gebiet und dann schauen wir mal wie das aussieht da haben wir hinten noch ein bisschen platz dann können wir gleich mal gucken was wir da noch hinbekommen und ob wir das hier überhaupt mit den wegen gut hinbekommen das ist erst mal die wichtigere frage sieht das hier so aus also hat man das fossilien gebiet dann da hinten vielleicht können wir ja auch einfach weiter führen dass wir noch mehr läden hin machen leute dann haben wir noch mal so eine kleine einkaufsmeile ich weiß nicht ob wir hier zwei oder drei hinbekommen was haben wir denn hier jetzt gebaut das ist ein kleiderladen könnten wir mal noch sieht die aus mich halt auch so ein bisschen orientieren wie die gebäude aufgebaut sind und so bowling bahn könnten wir rein theoretisch hier hinten dann so hinstellen weil das würde dann vom eingang her und so passen das gefällt mir brauchen wir nur noch ein geschäft was hier zwischen kommt es könnte rein theoretisch hier einfach das restaurant sein restaurant finde ich ja sowieso sehr schick das hat nämlich so einen ganz tollen skelett dingsbums da vorne ich fühle mal erstmal den weg hier weiter dann haben wir nämlich hier eine kleine orientierung also wirklich platz sparen brauche ich glaube ich jetzt ja nicht mehr bauen das ist egal wir kriegen ja eh nicht mehr das alles hin was ich gerne hätte dann machen wir es einfach schön und hier müssen wir mal gucken aber das tor noch so ein bisschen verbergen oder so das weiß ich noch nicht aber ich platziere mal eben hier so die läden jetzt restaurant so ein bisschen geschwungen mit dem weg entlang und auf der gleichen höhe wieder und dem von dem weißen also ich achte jetzt gerade auf das weiße vorne den abstand müsste ich eigentlich auch mal gucken dass ungefähr gleich ist so ich habe halt hier drauf geachtet dieses weiße von den leden dass das ungefähr gleich ist ich hoffe ich kriege jetzt hier noch das sieht gut aus die bowling waren kriegen wir auch noch hin müssen wir aber noch mal eben warten mit dem platzieren bis hier unser obwohl wir können es eigentlich platzieren einfach als erst mal hier gut gedreht kriegen ihr seht ja schon wieder das ist so genau das tool so so ist aber super machen wir doch mal so und wenn ich das jetzt noch mal alles auskleide hier mit wegen könnte das eigentlich ganz cool aussehen ich habe soweit fertig so sieht das ganze aus und ich finde das sieht eigentlich ganz schnieke aus na also hier kann man dann als faszinien center hier hat man dann diesen kleider laden wenn hier das restaurant das finde ich immer sehr schick weil hier vorne einfach dieses was gelett ist ich weiß gar nicht von was ist denn das von dem spino ich glaube das ist von einem spino oder der kopf ich glaube ja und dann hier hinten sozusagen die bowlingbahn passt auch sehr sehr schön hier mit der wegfläche also das gefällt mir ganz gut die bowlingbahn hätte vielleicht noch ein stückchen herangekonnt aber das lasse ich jetzt so ich bin damit sehr sehr zufrieden da machen wir hinter gleich glaube ich einfach nur noch gestrüpp drauf so lasse ich das jetzt mit den bäumen das gefällt mir eigentlich das ist hier ein bisschen dichter der wald hier so und hier so ein bisschen ja auch noch ein bisschen wald von der anderen seite sieht das auch noch ganz cool aus so man hat dann halt diese dieser erhöhung dahinter sieht man dann so ein bisschen die baumkronen die auch ganz cool aus und dann würde ich sagen gehen wir schon hier an die gestaltung des geheges das hier gefällt mir noch nicht so ganz so gut hier finde ich mit der abrundung hier das werde ich vielleicht noch mal überarbeiten wir müssen uns hier hinten noch was überlegen wie wir das hier handhaben aber das machen wir in der nächsten folge also sonst wird die folge glaube ich zu lang das halt immer sehr schwer einzuschätzen wir kümmern uns jetzt erstmal um das gehege hier ich würde gern so eine etwas besonderen wasser bereich mal haben aber ist auch nicht so einfach der variation reinzukriegen so vielleicht noch ein bisschen hügel ich hier mal gestalten das gehege nicht ganz glatt ist auf der rückseite ist immer ganz gut weil dann wird die sicht der besucher nicht beeinträchtigt wenn ich das jetzt an auf der vorderseite machen würde hier bei der galerie dann würden ja die berge im weg haben oder die hügel mache ich das schon bewusst hier auf der rückseite noch ein bisschen überglätten und so im zaun geht es dann wieder runter das ist in ordnung dann machen wir mal oben auf die hügelchen machen wir mal ein paar bäume eine ganze baumreihe können wir mal machen im rand möchte ich eigentlich keine haben hallo weg mit dir der baum hey du was mit dir hier da ist er weg entgegner baum okay dann hier noch ein paar einzeln paar bäumchen hin hier ans wasser auf jeden fall auch weiß gar nicht der agro kanto braucht wahrscheinlich gar nicht so viel wald aber passt schon das wird ihm schon gefallen hier das gehege ich hoffe machen wir noch ein paar büsche ohnehin und natürlich gleich noch ein futterspender einmal ziege und einmal ich glaube ich mache jetzt zwei aggro rein ich weiß nicht ob die sich vertragen das müssen wir gleich mal in den in den daten gucken sozusagen machen wir mal hier den normalen futterspender den ziegen futterspender den können wir natürlich wieder versteckt eigentlich machen den machen wir mal hierhin weil der ist ja egal die ziehen kommen da raus und dann laufen sie frei rum so den stellen wir natürlich erstmal wieder ein weil ich kein großer fan davon wenn das gehege voller ziegen ist 20 minuten da kommt schon die erste ziege man weiß ja auch nie wie viel die futtern hier die nuss auch völlig unterschiedlich damit haben wir das gehege eigentlich schon relativ gut gestaltet hier mache ich das noch mal weg mache hier ein paar büsche hin wenn wir hier hinter noch mal wald machen das klappt sehr gut so hier kriegen wir auch noch was hinter das passt nicht hier können wir noch mal ein bisschen wald machen hier muss ich mir auch noch was überlegen vielleicht mache ich hier noch mal so ein schöner mitarbeiter weg hin oder so ansonsten sieht der bereich doch schon ganz schnieker aus bis auf hier dieses hier das ändere ich noch nächste folge ab ich würde sagen wir brüten dann jetzt die akkus aus und dann lassen wir die frei so leute ich habe nachgeschaut sozial können die akkus auf jeden fall zu zweit in einem gehege gehalten werden ich meine sonst hätte ich sie auch noch modifizieren können vom genomen her aber das ist schon so von natur aus gegeben sage ich mal und ich habe jetzt hier mich für zwei sehr schicke skins entschieden da haben wir einmal das sumpfmuster und das dschungelmuster und die möchte ich euch jetzt gar nicht weiter vorenthalten ich würde sagen wir lassen sie frei und dann gucken wir mal unsere nächsten bewohner an hier von unserem mountainpark ein sehr sehr dumpfen schrei finde ich also das nicht so laut kleine fettsack sehr viel hängel bauch hier hat war witzig aber der skin ist ultra schick oder also der gefällt mir echt sehr sehr gut das war jetzt glaube ich dschungel oder was ich glaube das war dschungel na also der ist wirklich sehr sehr nice der skin mag ich sehr gerne und dann würde ich sagen dass wir den anderen frei das ist an das ist nicht dschungel ich erwachsen dann sumpf war das sumpf genau das war sumpf muster also das das sumpf muster und jetzt haben wir noch als zweiten den dschungel muster skin schauen uns den natürlich auch noch mal an der sieht auch super geil aus der skin also ein sehr sehr schöne dinosaurier definitiv ich freue mich darauf dass wir die jetzt in unserem park haben und falls ihr einer dieser beiden schicken saurier sein möchtet dann dürft ihr gerne eine oder falls sie den namen geben wollt also nicht weil sie die sein möchte dürfte gerne namens vorschläge in die kommentare schreiben und mit etwas glück seite dann hier in meinem mountainpark verewigt ich würde sagen wir betäuben jetzt mal eben ganz schnell das können wir sogar selber machen glaube ich ein bisschen her dass ich das gemacht habe also mit reingeschnitten habe ins video für den beiden können wir es mal selber machen sind ja sehr besondere dinosaurier war ja so das highlight von dem letzten dlc wie viele schüsse die brauchen eins zwei ist gut dass der so fett ist dann kann man den leichter treffen kaum habe ich es gesagt habe ich schon nicht mehr hey 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 bleib ruhig drei okay das sollte reichen und zack da liegt nun mal eins und dann machen wir nun mal hier sumpf muss da knapp daneben ist auch vorbei eins zwei oder legt sich gerade schlafen perfekt gut nach gleich weiter und drei und da liegt er sehr gut und dann würde ich sagen bringen wir die rüber ins gehege und wenn sie dann landen bringe ich euch zurück und dann schauen wir uns das noch mal gemeinsam an es regnet ein wenig und da hinten kommen unsere beiden agros geflogen und ich freue mich gerade schon tierisch dass sie jetzt hier in unserem park sind weil das ist das erste mal dass ich wirklich diese beiden in einem park unterbringe und es sind wirklich tolle dinosaurier also sehen mega nice aus die skins sind vor allem richtig richtig schick und ich freue mich schon auf eure namens vorschläge vielleicht finden wir da ja passende zu den skins auf jeden fall sehr sehr nice jetzt kommen sie gleich hier und landen zum ersten mal in ihrem gehege ich hoffe sie werden glücklich sein mit dem gehege wenn wir auch gleich feststellen nicht dass sie dann irgendwie unzufrieden gegeneinander kämpfen oder sowas wäre nicht so nice oder mit der zweite da ist er da sind die beiden in ihrem neuen gehege angekommen und er rennt direkt auf mich los dann schauen wir doch mal hier die passen doch super an das gehege oder wunderbar vielleicht können wir den ja noch mal eben zuschauen wie sie eine ziege jagen oder sowas aber nee das sieht nicht so aus der eine frisst hier der andere trinkt im hintergrund und damit verabschiede ich mich für diese folge ich hoffe sie hat euch gefallen denkt an die namens vorschläge für diese beiden dinosaurier und falls das video euch gefallen hat falls euch das projekt gefällt würde ich mich selber ein like freuen falls ihr nichts mehr verpassen wollt dürft ihr gerne abonnieren das war's von mir macht's gut haut rein euer dann die ä